Ich ziehe meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil. Alles gut, aber dafür wird sie jetzt hier dann doch ausgenommen. Ist das bitter als sechs Platzierte. Also an diesem Rennen kannst du jetzt schon wieder einen Haken dran machen. Und da oben kommen die nächsten zwei, die sich jetzt gleich von der Strecke kreiseln werden. Schade. Ein wirklich...